so da sind wir wieder auch zurück herzlich willkommen was hier ein lagerfeuer schon aufgestellt ja naja ich update das hier gerade schon was soll man sonst in der verstrichenen zeit machen ich muss erst mal was trinken und dann würde ich mir vorschlagen dass wir uns endlich mal anfangen tun eine hütte zu bauen jetzt wo wir die letzten zwei folgen nichts gemacht haben und nur dumm gelaufen sind kann man sagen genau ja das sollten wir wirklich mal angriff nehmen und eventuell ein plätzchen zu suchen wo wir was bauen können weil sonst wird ja auch für die zuschauer da draußen die das video angeht ein bisschen langweilig denke ich mal oder vielleicht noch nicht für dich also in der letzten folge haben wir ja schon ein bisschen gelacht ja kann man so sagen muss man ja ehrlich mal sagen so so ein bisschen mit phrasen guck mal da ist er groß geworden traum so in stecken ab attacke so mein lieber kleiner freund du gehst vor ich folge die so uns meine coole location würde ich mal sagen ja aber am besten in der nähe von stein und am wald dementsprechend können wir uns eventuell auch ausbauen ob wir nur ein steinhütchen bauen oder doch lieber ein holzhütchen die können katapult da fliegt die katapult kugel wie cool wirst wir werden angegriffen wir müssen uns verstecken lauf lauf mein kleines bergenfreund lauf wir kommen wieder rache ist blutwurst komm wir machen das haushalten klein dann bauen wir unsere hütte die guten alten zeiten ne joo haben wir ja schon ein bisschen erfahrung gemacht ja gesammelt besser gesagt ach hier sieht ja überall was gehen wir nicht mal rein ins hauenbo solltet deswegen irgendwie hier ist ja überall scheiße hier habt ihr auch keinen stein oder irgendwie so reisen Ja, wo könnten wir jetzt ein bisschen ansetzen, wir können ja mal kurz hier lang laufen Na, ich folge dir, du wirst uns den richtigen Weg weisen Du allmächtiger König von Nimmerland oder so Och, ich bin bald König Und du bist der Koning Nämlich King Julian Kennst du das auch? Diese Zeichentrick-Serie? Ja King Julian, der Lüfter, glaube ich, jetzt auf Super RTL Kann möglich sein Naja, aber du bist mir der Kids-Serie, den Scheiß öfters mal, also sagen wir mal so Warte mal, warte mal, da ist da was? Was ist denn das? Ich hab einen Himbeer-Strauch Oh, nee, der Dissenwolf, weg, 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 weg Hat er mir gesehen? Ah, der hat mir gesehen, na toll Ach, ich hab ja auch schon mit deinem Glück Wollen wir ein Vergewaltchen? Komm her Ohne Rüstung ist immer ein bisschen Los, du längst den Abweg, greif man Lebst du noch? Ja, du lebst noch Der Rett weg wie ein Schwein Du Vieh, siehste Yes Yes Yes, we can Aber der Dumme daran ist, ich seh immer deinen nackten Arsch Wir müssen uns langsam mal Kleidung besorgen Da brauchen wir mal langsam Leder, müssen wir hier in so ein paar Kühe kippen oder so Wir müssen uns jetzt mal eine Hütte bauen Ach, scheiße, ich kann ja nicht mehr aufnehmen hier Oh, Inventar voll, Jani, ist klar, ne? Alter So, jetzt müssen wir uns eine Hütte bauen Mein Inventar ist voll Jetzt seh langsam, nimm ja in Ich hab dir grad sonst viel, viel Scheiße verschenkt Gehen wir mal jetzt da lang, würde ich mal vorschlagen Oh Hm, ich weiß auch nicht, wo eine gute Location ist hier Soll ich mal winken? Hallo? Wink mal Oh, ich gletsche wieder an den Griffen vom Wolf Wo bist du denn hin? Mit dem Ball drin oder was? Ich komm mal wieder zurück Da, ich seh dich Ja, gut, alles klar Los, nächster Wolf geht Ja Er greift mit der Axt an Komm her Die werden abhauen, wa? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Uffi Abgeschlachtet Mach Platz Oh, drei Mietpunkten ist geil Kann man schon was draus machen Hab ich überhaupt Bandagen? Bandagen So was hab ich So was hab ich nicht Drei Stück hab ich Das war sie überdagen, ja Die hast du doch Stand da drinnen Was? Nö Ach doch, da oben Ah! Wie geht denn das? Okay, fünf Muss ich auch mal hier eher gehen Du willst ja hier schon Benutzen Teufel Ja, aber immer noch keine gute Location Da vorne ist ein Meer glücklich schon Hm Hm Am Meer ist natürlich auch schön, oder? Ja, aber wenn nicht könnten wir hier ein bisschen was aufbauen Dass wir erstmal was haben Also hier mitten im Wald Zwei Männer aber allein im Wald Das ist ein Träumchen. Ja, da wollen wir ein bisschen nach Holzbasse. Aber andere Sache hier ist, die Gegend auch so uneben. Meinst du, das wird was? Das ist doch nur vorerst, dass wir erstmal so ein kleines Häuschen haben. Wir können da noch weiterziehen. Hauptsache, wir sind erstmal ein bisschen safe. Unsere kleine Räuberhöhle. Die Ausbeutung wird groß sein. Du weißt ja, wir müssten uns dann hier wieder so ein Icon bauen. Unser Stift wir markieren, kann man sagen. Also wir Hunde machen, einfach geht aus Pissen rein. Boah, ja. Das wird so wunderbar. Ne? Wo ist er? Kaputt. Hallo, Zine Wittler, fang an. Tine Wittler. Ja, nicht? Ähm. Was brauchen wir denn nochmal hier, diese komische Bank, ne? Workbench, ne? Ja, die musst du hier irgendwo hinstellen, dann kannst du da irgendwelche Steine basteln oder wie auch immer. Du baust uns erstmal hier einen kleinen Grundgerüst aus Holz, sag ich einfach mal. Erstmal am Anfang reicht der. Man muss ja nicht gleich hier ein Schloss aus, keine Ahnung was sein. Ich möchte gerne ein Schloss aus, keine Ahnung was sein. Ach, hier so ein kleines Häuschen aus Holz reicht. Da müssen wir nur erstmal unsere Werkbänke verstecken, wenn das reicht. So, dass uns keiner beklauen können. Bei Hüsterchen. Craften. Ja gut, wir haben ja auch eigentlich diese... Cobblestone-Block. Könnt der mal unter... Haben wir jetzt auch schon ein paar. Da könnten wir zumindest einen Boden aus Cobblestone machen. Würde ich mal vorschlagen, ne? Weil dann geht der Blöcke automatisch weiter, ne? Achso, zur Not kriegt der meine ohne eben. Cobblestone-Block, wo haben wir die denn? Cobblestone-Block, ja. Wie kann ich denn die eben? Achso, eine Truhe, wa? Stell mal hier irgendwo einfach eine Truhe hin, dann schmeiß ich sie die da drin. Ist mir lieber, wie sie einfach rauszuschmeißen, das. Vier, dann kann ich erstmal hier hin, wa? Daneben. Naja. Nicht? Du hast ja irgendwie so eine Iron-Truhe gekriegt, glaube ich, oder? Mache ich erstmal hier. Gut. Warte mal, hier hast du meine Gobblestone-Block, dann kannst du jetzt hier eben so richtig Ed-Auf-Tiene-Wittler machen. Ich finde da gut, wenn die Gegner auf-Tiene-Wittler machen. Ja! Der geht mir mal in der Arbe, ey! Im wahrsten Sinne. So, sieben. Was ist denn? Ambrust, den wollte ich ja gar nicht. Hä? Ruf mal ein Lagerfeuer. Da. Sieben. 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 Wo ist die Sieben? Da ist die Sieben. Mal gucken, wie es aussieht. Erstmal. Boah, jetzt hat er erstmal so was hinzukriegen wieder. So. Ich baue hier erstmal hier schön. Eine große Werkbank und alles. Ich baue alles aus hier. Ich bin total der Freak. Okay, das war schon mal verkehrt. Oh Gott, 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 zack. Wird auch ausgebaut. Ich habe hier irgendwie noch ein Amboss oder so, habe ich gesehen. Sieben. Wird hier auch noch hingestellt. Ach, ich stelle hier alles hin. Scheiß drauf. Los, du stellst dich da hin. Aber scheiß drauf. Da fehlt was. Oh, Iron Ingot. So viel habe ich nicht. Muss ich erst noch umwandeln. Okay. Erstmal einstecken. Geh im Boden rein. Wieso geht er nicht im Boden rein? Hm? Hm? Da war er doch. Es könnte aber langsam mal wieder hell werden hier. Ja, ein bisschen, ne? Jo. Warte, das ist was meine. So. Ah, der große Ofen ist schon mal fertig. Aber den Ofen könnten wir ja eigentlich so verlassen. Man holt ja bloß hier ein bisschen zu. Ach. Wenn er mal endlich mal hier unten andocken würde. Da war er doch. Zack. Naja. Sieben Holz. Machen wir einmal zehn Holz hier drin. Die zehn Holz machen wir erstmal aus Holzkohle. Ich habe ja noch ein bisschen Fleisch. Das können wir hier unten drin schmeißen. Wie war denn das? Ach, genau. So kocht man. Ein Träumchen. Ein Träumchen. So. Die Werkbank. Wie sieht die aus? Ah. Ja, 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 ja. Ach, toll. Jetzt brauche ich hier noch zwölfmal Eisen. Das ist doch scheiße, oder? Das ist... Das ist auch scheiße. Wie war denn das jetzt hier verschreckt? Ja, das war nicht richtig. Ach, wisst du was? Ich stelle jetzt einfach mal meine Truhe hier neben deine oder so. Wo hast denn die? Da? Dann werden wir jetzt hier schon mal ein bisschen einsortieren. Aber das ist eigentlich natürlich... Nee, das können wir nicht machen eigentlich. Wir müssen uns erstmal ein Haus bauen. Muss ich mir erstmal vertraut machen mit die ganze... Ja, wie gesagt. Ich kann doch hier nicht in die Truhe jetzt schmeißen. Jeder ja auch nicht. Naja, ist alles weg. Nö. Ja, aber eigentlich... Haben die ja gesagt. Clown ist eigentlich nicht erlaubt, ne? Ha ha ha. Hallo? Sieht man da schon, ne? Das ist schon wie er so ein Lachen tut, ey. Ja. Ja. Jawoll. Clown ist nicht erlaubt. Es tut mir leid, es lacht da nur voll rum. Barry sieht. Und Beat sieht. Was ist Beat? Ich muss erstmal... Die Truhen müssen erstmal ein bisschen weg. Jetzt kann ich das hier nicht so langziehen, wie ich das will. Ey. Na warte, ich nehm meine Truhe weg. Dann musst du deine wegnehmen, ne? Kannst du das nicht wegnehmen? Auch meine? Meine weg? Moment, dann muss ich erstmal hier... Alles, was ich in die Truhe geschmissen hab, muss ich jetzt erstmal wieder rausnehmen. Jetzt kann ich sie nicht wegnehmen. Warte, warte, warte. Ich probiert und... Haps, meine ist weg und deine auch. Deine ist auch weg. Siehste. Zieh Finger. Der dockt manchmal gar nicht unten an, ey. Welchen Grund auch immer. Mach weg. Nicht ausrasten, alles so gut. Kommt schon wieder, ja. Stell mal deinen Ofen hier hin, irgendwo. Hast du den eh gebaut, ne? Nee. Na gut, dann mach ich mal uns wehten. Weil... Weil, weil... Ich könnte hier ein paar Öfen gebrauchen, du wisst ja Bescheid, ne? Ja, du könntest ein paar Öfen gebrauchen. Ja, ich muss ja hier Eisen und so ein Scheiß alles produzieren, ne? Ja, ich muss ja Eisen. Sag mal, verarschst du mich. Nein, nein. Also, schon mal. Alter, pass mal auf, wenn ich dir nicht leicht gewischt hab. Kann man das nicht irgendwie... Zack. Alter, aber das willst du nicht für den Grund hier ist bauen. Wir haben gesagt, wir bauen... Du hast gesagt, wir bauen hier ein kleines Hütchen und nicht hier allein in einem halben Palast. Der macht das einfach nicht so, wie ich das gerade haben will. Der soll das eigentlich hier unterdocken. Jetzt macht er das. Man schmeißt das ein bisschen kurios hier mit der ganzen Geschichte. Ja. Ich produziere... Du bist doch ganz klar, dass wir den Platz hier brauchen. Ja, ja. Na, eigentlich brauchen wir noch viel größer, wie ich sag, wenn wir dann erstmal unsere vier Öfen wieder reinstellen und Werkbänke und keine Ahnung, was noch alles. Das wirft wieder einen Vieretagenblock, obwohl es nur eine Zwischenwohnung sein soll. Naja, man kann es auch vermieten, ne? Also, das wüsst du ja nicht. Naja, klar. Na klar, das ist ja kein Problem. Vielleicht kommt ja der Papst mal vorbei. Du glaubst ja, holt er an die denn nicht. Könnt ja möglich sein. Na, du Doktor, holt er unten an. Hallo. Ich sehe einen Hasen. Ich werde diesen Hasen jetzt töten. Oh ja. Ein Hase. Oh, er rennt weg. Den Krieg. Ich krieg den Hasen, ne? Ich krieg den Hasen, ne? Hör auf zu spinnen. Ich krieg den Hasen, ne? Okay, lass den wegrennen. Tö, tö, tö. Hab ich hier schon. Mach ihn weg. Äh, so, 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 so. Jetzt muss ich den hier noch. Hm. Meinst du, das wäre nicht eventuell erst angebracht, eventuell hier so ein paar Mauern zu bauen oder so? Das mach ich gleich. Ey, ich glaub, das wäre fast angebracht, als hier im Boden zu setzen und hier ist, naja, alles weg. Das kommt ja gleich. Na gut. Aber jetzt mal die Schicht hier noch zu Ende bringen irgendwie. Ich fahr, ich fahr, trau dir, ich fahr, trau dir, du schaffst das. Aber das ist noch ganz schön klein. Sonst vertraust du mir ja auch nie. Was ist denn los? Naja, irgendwie musstet ja klappen. Du bist ja unsere kleine Dine Wittler und Dine Wittler, die braucht eben ihre Zeit. Das ist so richtig. Ich sehe schon, du lernst nach langsam. Arschloch. Ja, ich weiß das ja. Eigentlich kannst du mir ja nicht leiden, ne? Da hat doch ein... Also, ich bitte die Aufmerksamkeit, also bitte. Ach, hör doch mal auf. So, diese Schicht, Innerschicht wollte ich jetzt noch irgendwie... Jo, das letzte Fleisch brotelt. Wenn das letzte Fleisch brotelt, haut gleich mal Eisen rin. Und dann bau ich hier was schöne Tornspäne. Da geht die eine ab, du, glaub na. Da geht mir eine ab. Alter, die wird so eine ab in, Junge. Alter, das wird nur so klatschen. Junge, die eine ab da. So, weil da kann ich die Leute irgendwie nicht machen. Irgendwie setzt er das weiter nicht an. Aber das ist... Oder wir machen... Wie viele Blöcke habe ich noch? Nein, die habe ich noch. Genau, die Blöcke. Können wir ihnen eine Schicht noch mit... Mal gucken, wie das aussieht. Wie ich das mir so denke. Ist das hier schon die eine ab? Ja. Wir sind nicht schwul, falls die Frage wieder kommen tut. Nein. Ach ja. Nein. 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 Wir tun nur so. Wir tun nur so? Also jetzt reicht's. Ach, freut mich schon. Mordi ist die Brottskopf. Uh, uh, uh. Ach ja. Guck mal, jetzt wird die Mauer hier so lang machen. Macht das jetzt auch von unten oder was? Da wird das Häuschen ganz klein, du. Ja, du wolltest doch... Ach, Brosi. Was denn, du? Hallo, wie soll man da zwei Öfen reinstellen? Ach, mach. Da kann man nur noch ein bisschen... Der machte fertig, echt? Der machte fertig, also... Naja, dann machen wir... Jetzt hör doch mal auf. Dann machen wir eben ein Stoppeldock. Ein Stoppeldock-Haus. Ein Doppelstock. Doppelstockhaus. Jetzt habe ich es. Stoppeldock. Was ist ein Stoppeldock? Stoppeldock. Verarscht du mich? Stoppeldock-Honk. Ich glaube, das gehört auch mal... Alter, verarscht du mich? Nein. Ich brauche Steinen. Wo kriegen wir jetzt Steine, du Honk? Der verarscht mich. Hört ihr das? Der Typ, der verarscht mich. Ich glaube, ich... Ich glaube, ich... Wird mein Stoppeldockhaus. Ich glaube, wir machen hier... Alter. Wir machen erstmal hier so ein... Ein Päuschen. Und wir sehen uns gleich nix. Lass mich stoppen, Doppäuschen. Ich sag so mal Tschüss und... Bis... Bis gleich. Tschööö. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Der Weg ist an end, everybody's a bunch of fun Grab your biller and go, you're smashing us in the sun We are the body people And so fighting this for your favorite season So good, baby, so sense of the time Let me ride the show, it's not a fight of the day I'm serious, you're shy, let me just look at Every time I touch your body, it is lost in the air Go, 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 go Go, go, go estem, Nico Feel free me for you I do what I ever want is you I do what I ever need at you Take my hand If you're losing your heart, so get it on You're what's not as much retardant I do what I ever want is you I do what I ever need at you Take my hand Untertitelung des ZDF für funk, 2017